Willkommen zu einem neuen Part von League of Legends, ich spiele Amumu, bei mir ist wieder Zeuchi und Benjamin. Hallo. Moin. Ich spiele, ach hab ich ja schon gesagt, Amumu als Jungler. In unserem Team noch Catelyn ist Benjamin, Zeuchi ist Sion, dann haben wir noch Nunu und Casio. Nunu? Ich sag mal schneller eingekaufen. Okay. Warst ein Satz? Ja, ich weiß. Nein, ich meine Tam. Achso. Oh, die haben auch schon zwei Appeler, Oriana und Ari. Ich hab mich nicht auch beschäftigt gestellt. Machs mal lieber. Wieso, wurdest du angeschrieben? Nö. Aber ich werd sicherlich gleich wieder auf Total Appel. Ich werd gleich angeschrieben, ich weiß das jetzt schon. Ich hab mich auch schon angestellt. Im Gegner-Team haben wir... Bolivir als Jungler, dann Gangplank, Raven, Ari und Oriana. Mein Gott, Ari mit den dicken Dingern. Man muss ja sagen, Caitlin. Mit der großen Wumme! Ja, hier, man. Sexy sind jemand. Da, ich wurde schon angeschrieben. Ich hab's gehört. Ja, du hast dich ja jetzt auch beschäftigt. Nein, auch nicht. Support-Hacker. Boah. Ich muss mich jetzt erst auf beschäftigt stellen, ey. Ben, ach, das ist ja der... Einer soll zu dem Ding schreiben, das, ähm, ich grad aufnehmen, ne? Wen? Heiko, sonst kommt der einfach gleich in die Compu rein. Denn in diesem Schrein kommt der doch erst recht rein. Ah, das wollen wir mal gut haben, wohl, ja. Im... Auf... 12? Yes. Ach, Botlane braucht ja meine Hilfe nicht mehr. Spiel im eigenen Game mit Ammo, der Jungle. Ich krieg hier lieber nix singen, ja. Oh, Mumu, in der VIELD, tonight. Okay. Erstes Blut. Oh, nice. So, ich hab' nicht gesehen, dass du so runtergekloppt wurdest. Ich hab' nicht gesehen. Ich hab' nicht gesehen, wo in der VIELD, tonight. Ari fehlt in der Mitte, was sagen wir nun? Deswegen Zweckhills haben. Wohin gehen wir? Ähm... Warte mal. Ah... Einen suchen wir uns freien dem Spiel. Ja, die konnte ja auch nicht in der Mitte sein, ne? Wenn sie aus dem Spiel war. Ich glaub' Top braucht Hilfe. Ja, ich bin da ja auch schon. Erst recht, der ist Level 2 und hat Lowlife. Und stattdass er sich hochkost. Jetzt hast du noch nicht geskillt und außerdem... Außerdem muss ich jetzt ein Bot ausstellen. Ach Gott, glaub ich auch. Spiel doch mit mir. Was müsst ihr ausstellen? Bot? Bot. So. Ich ging für den Abi. LOL. Ich will da halt nicht einfach runter zu sagen. Ich hab' nicht viel Crit drin, ne? Hey, komm zurück. Lass mal Moriana fokussen. Moriana? Ist das Wohli hier jetzt? Ja, die Uriana. Ich wusste, dass der Wohli da ist. Wohli ist gerade mein Sound. Mit Level 3 können wir gerne rauf. So, er tut Level 3 oder was? Ne, ne. Vorne Level 3 ja. Wir haben das schon mal. Ich geh' doch mit mir. Oh Gott, die... Ist die blind? Ja. Die kommt gut. Die ist schon quasi. Mein Gegner wurde getroffen. Ja, das ist fast so. Ah. Ich hab' nur... Das ist fast so. Ich hab' nur... Ja, das ist fast so. Das ist fast so. ich nachvoll mit es nur in noch auf den und wie wir sehen die Nummer ist jahre nun mit ihm heute noch einmal mehr vier 4, nein... Du wirst nur da weggehen, ne? Okay... Vorsicht! Hey, Jungle Mumu, mit 4 tonight! Das werde ich bei 7 angeschrieben! Am Boku kannst du mal ein Bot halten. Ich kann alles halten. Das ist alles an der Stange. Wir können auch draufgehen. Aber ich glaube, du bist jetzt Stange. Ja. Das hat irgendwer Exhaust auf mich gesetzt. Die Oriana. So, Ablösung, Kay. Nice. Ey, die Gangkling Ulti, ne? Ich hab mich grad mit 5 angeschrieben. Ich hab mich grad mit 5 angeschrieben. Ja. Äh... Äh... Hat das gerade wirklich geschrieben, oder bin ich nämlich verarscht? Ja. Ich hab nicht gesehen, was du eben geschrieben hast. шихhs. So bad Contra? So bad Cottra. So bad Kay, blulululululul. Oh, la la la. Warumumingouble Incas, beister Linz? Ich hab dich mit dem k... Was das Schöne ist, ich werde ins Team angeschrieben, das ist auch so sauber, ja. Da kannst du dich auch als Beschäftigt stellen. Ja, da kann ich mich auch aufs Offline stellen. Alter! Gangplank ist auch hier, what the fuck is going happening here? Oh, 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 oh. Alter, nur so wie die One-Test. Die Ultima mal auf hier, dein Kerl, ja. Okay. Alter! Ja, ich brauch wieder einen Abgang. Die Portion, ja. Warum? Die haben drei Ultis für mich verwenden und ich bin nicht Ult, ja. Okay, ich kriege Ulti, die ich gerade auch abbekomme. Ja, ich hab sie auch abbekommen, ja. Da ist keiner mehr. Und? Das ist was sie sagt, ne? Ja, da kommt jemand, glaub ich. Na wohl, die. Lass mal gucken. Ne. Spiel doch mit mir. Ja. Wir können ja mal Dragon gucken. Ja. Du ne. Pass auf, Benni. Ja. Wir wissen, dass wir weg sind. Ja, Benni. Pass doch mal mehr auf dich auf. Wohin gehen wir, ja? Ja. Ja, aber Mann ey, ich weiß doch nicht, wo ich denken soll. Ja. Ja. Und wir auf Gott brauchen Gangstein Hilfe, ja. Wir werden nur durchgepusht, aber. Hast ja nur gesagt, äh, kannst du noch halten, ne? Ja, halt, halt. Ich denke, ja. Doch. Ja. 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 Ja, dass der ist ja. Nur nur. Die hat die Kostelle gehabt, oder was los? Ja, doch gar kein Wort bei. Ja, stimmt. Ich habe aber kein Mana mehr. Das heißt, das ist los. Woher gehen wir? Woher gehen wir? Das ist traurige Land der Mumien. Oh. das ist nicht dein Ernst. Ulti, hast du? Nein, ich bin meiner für Ulti. Oh man, schlicht. Ich hatte GP für Ulti, das ist rot. Ja. Suchen wir uns Freunde. Den kriegen wir wieder einen Bot. Den will Babysit-Bot mit seinem Ulti. Ja. Spiel doch mit mir. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Sorry, jetzt brauche ich aber auch meine Last-Hits. Wir haben den, äh, welchen Jumg haben wir, ne? Wo die, ne? Mhm. Dies, ich habe das Team am Anfang erklärt und weiß nicht mehr mehr, wer der Jumg ist. Komm zurück! Ich meine, das ist... Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Wenn ich verrückt genug bin. Mh, ich bin da. Wohin geh'n wir? Oh, war nicht! Mach's rein! Pass auf, es ist beide in der Mitte, ne? Spiel doch mit mir! Ah, sieht dort, fragt doch! Die ist extrem schnell, ja! Ja! Fekta! Ah, hab' gesehen! Ich brauche noch 100 Gold! Brauche noch 300! Ja, ich lass' ja Klaus hier den Blumen, sonst hört die rum! Okay, das kannst du haben! Ein Beschwörer ist zurück im Spiel! Gucken wir hier für ne Runde, ja! Oh, 13 Minuten sind wir schon! Oh mein Gott, wir sind bei 13 Minuten! Suchen wir uns feinern! Ich glaub' meine Festplatte ist voll! Hahaha! Ein Verbünder wurde geflötet! Ein Verbünder wurde geflötet! Wohin geh'n wir, ja! Ich hab' mich, äh, botten, äh, mit Babys zu sehen, ja! Erst recht, dann hast du die Gegner, Ari, verliert! Oh, er ist! Oh, er ist! Boah! Okay, like hell! Oh! Ich kann mal als, äh, Ding um die UM gehen! Ich muss einfach unsere Fähigkeiten spammen! Ich bin nur Supporter! War nur ein bisschen gesteilt, aber ist egal! Ich bin sowieso nur Supporter hier! Ich hab' gestunt und mit E einfach aufgehauen! Oh, da bin ich, egal! Jo! Geh' raus! Das ist da, Heiko! Jetzt hab' ich gesagt! Das ist da, Heiko! Ja! Ich weiß was! Das ist da, Heiko! Ja! Weil wir gerade in der Aufnahme sind! Achso! So! Kann sein doch mit mir! Warte mal rauskicken! Hahaha! Hast'n ja draufgekickt! Wieso? Das ist ja so süß! Okay! Ja, was soll ich denn sonst machen? Das war Fäll-Ulti! Wenn nicht! Ich hab' keine Ulti! Ich hab' keine Ulti! So Ulti! Nicht auf Abnimm'n seid! Guck mal! Punkt! Ja, aber trotzdem hast du die irgendwie gefällt! Ich weiß auch nicht warum! Ach! Nein, auch! Du wolltest die auch nur stieren, ja? Ja! Ich hab' keine Ulti gemacht und bin einfach eingerannt! Was soll auch mal gut sein können! Ich hab' keine Müll! Und nur so solche, die kennst schon, Heiko, ja. Trotzdem. Die kennen den, oh mein Gott, die armen Leute. Mein Beileid. Ja. Suchen wir uns Feinde. Ja, die Verwinden um dich nicht. Du scheiß Nummer-Stieger, ja. Zieh, ja, Mitte. Warum renne ich eigentlich in die falsche Richtung? Kann mir das einem verraten? Oh, Blastiff. Wieso renne ich eigentlich in die falsche Richtung? Kann mir das einem verraten? Weil du ein Bobby bist? Alter, das schätze ich dein Ernst, oder? Ich? Alter, was mir ja bestätigt. Du gehst da in die Mitte, Mann. Pentaxi, fast hier. ...einen Turm zerstört. Ja. Jetzt so, Rihanna, wieder Bord. Die ist verfickt schnell. Boah, sieht doch auch mal aus, mein Benni. Ach, 2-2-6, ich bin doch gut. Ich hab 3-2-1-5. Das eine Game, wo ich auch Amumu-Jungle gespielt hab, da war wenigstens Darius Solo-Top, gegen Shogat und Darius, ja. Wer hat gewonnen? Nö, unser Darius. Mit mir. Mu, mu, ha. Guck mal, ob der Bruder ist. Schon mit den Red, ne? No. Boah. Immer dir, Gang-Thing ist deiner Ulti. Oh, oh, Benni. So schlecht. Spiel doch mit mir. Ah, ich seh dich doch, GP. GP, komm zu dir an der unten. Da haben wir alle anderen Auge. Ja. Spiel doch mit mir. Oh, hinter mir. Ja. Egal, ich hab wenigstens ein 1 gegen 3 eingetötet. Ich weiß nicht, ich find die Katia jetzt nicht gut, ja. Ja, die spielt jetzt recht gut, aber in der Mitte hat sie ein bisschen verkackt. Ja, aber es geht. Katia, ja. Okay, better not for me, ja. Nein, better not for me, ja. Mein Gott, good not for me. Ja, ich seh' ihn so sorry, bruder, na. Achso, für die, die es noch nicht wussten, genießt der nächste Champ, der nach Syndra rauskommt. Das, das wollte ich schon mal spoilern für euch. Wir haben alles so geklärt mit denen, ja. Ja, Kumpels und so alles da und ja, haben gesagt, macht mal Gunny, der soll B werden. Und ja, nun kommt der nach Syndra. Also, freut euch schon auf Gunny. Wie sollten sie sich auf deine Mutter freuen? Weil, meine Mutter, der nicht Gunny heißt. Ja, doch. Wie, deine Mutter heißt Gunny? Ich war jetzt raus. Ach was, Benis Mutter heißt Gunny? Ja, wusste ich doch. Nein, das ist deine. Nein, meine heißt Oma Wildraut. Genau. Wie Oma Wildraut. Ja, Wildraut heißt. Wildkraut. Normal. Hast du die Leute, die mich in Fliebe anschreiben? Dann sag denen, I hate you. Ja, sag das mal wieder. Hä? Der hatte ich auch gestern nicht gemocht. Dann Bobby jetzt. Bobby? Ja, ich wusste, dass du ein Bobby bist. Abo. Ich hab doch aber nichts Neues. Alter. Ja, mein Ulti OP, ne? Das war schon mal eine heiße Sprache. Das war schon mal meine heiße Sprache. Das ist nicht mehr ein Fass, vielleicht. Auf der Magerie sich schreit. Aber Benny kann Schaden, hast du auch noch nie von was gehört, ne? Ein Verbündeter wurde in Indien. Naja. Mann, guck mir mein Kopf. Das Graven. Look at this Graven. Ja, und wenn nicht zu dummen zu können, ja. Sicher, wenn nicht zu dummen zu können. SAKA, EDWARD! Ja, ist auch nicht normal, dass die von da kommen, wenn die wissen, dass wir er langt. Nein, natürlich nicht. SAKA, BITCH. Das war völlig unnormal. Ach, weil... Irgendwie komme ich jetzt gerade voll auf den Film SAKA PUNCH, ja? Ja, wirklich, der Film ist gut. Was? Soll natürlich hier keine Werbung sein. Nee, wir machen keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt. Ja genau, wir kriegen keine 20 Euro pro Stunde dafür. Wie? Wir kriegen Geld. Na ja, wüsst du dich. Das wäre jetzt was meins. Ja, wüsst du auch. Hey! Ich krieg Geld. Was ab? Von dir. Was ab? Okay. Ja, Benjamin hat gesagt, er bezahlt uns jede Stunde 20 Euro. Ach so? Ja. Hab ich gerade so verstanden. Ja, hab ich auch so verstanden, ja. Auf jeden Fall. Bin ich auch mit einverstanden, ja. Ja, Benjamin, dann überall weißt du unser Geld. Freemen. Frag mich Tam, warum wir aufnehmen? Wieso hat denn Tam direkt kommen? Dass der ein kleiner Nougat wirklich verwirrt hat. Das ist eine kleine Nougat schnitt. Ne. Anja, das tut mir lebt. Wieso wollt ihr es hochladen, fragt er mich. Ja, weil wir es können. Ja, weil wir es können und er nicht. Ja, genau. Oh, ey, den muss ich mir zum Schreiben, der kann doch sowieso nichts. Und wenn er mich irgendwann mal einen Atzenschirm abboniert, den muss ich irgendwie runterreden, ja. Okay. Hingerichtet. Genau, haust du dich auf den Turm drauf, der ist einverficktes Leben. Geil. Nicht mehr. Danke. Danke, es kann so sein. Oha. Guck mal, wo ich gestorben bin. What the hell? Ich kam auf die andere Seite. Oh. Ich bin nicht mehr im ehemaligen Deutschland. Ne, ich komme auf der DDR zu mehr Leid. Ops. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wisst ihr, wen ihr alle haten dürft, also habt ihr den Weg. Ich schreibe. I'm hating. Er ist 13 und schwul. Ja. Ich dachte, er ist 14. Kann auch sein. Wer denn? Stamm. So. Ich hab gedacht, der wird 10. So. Ne, ja. Ich bin noch nicht sicher bei dem Alter, ja. Ich hab gedacht, der wird 5. Na, Benny kannst du ganz klar vergessen, ja. Ja. Echt mal. Weil der mir gehört. Ja. Ich glaub doch nix Jung da, ja. Den fahren. Warum klausst du den AD-Carrie den Red zu? Weil ich ihn brauch. Das ist ja auch AD-Carrie. Ich brauch ihn er als du. Ich hab mein Ulti, ja. Sei mal leise. Ich hab mein AD-Carrie. Sei mal leise. Ja. Du war ich ne Frau bin. Mit den dicken Dinger. Ja. Mit der dicken Waffe. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, ey, das tickt mal wieder. Ja, Freunde. Spiel doch mit mir. Ja, warum letztlich auch? Bei mir nämlich auch. Checkt's auf mein Internet. Ja, ich hab doch gesagt, du hängst an meiner Leitung. Nein, hängst an meiner Leitung. Genau. Irgendwo muss man ja... Genau. Einfach nicht. Mir hängt an Apos Leitung. Das wissen alle. Ja, Benjamin. Echt. Nur weil du am Arsch der Welt wohnst. Nein. 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 Ich kann kein Teamverfühl gehen. Genau. Der Zieler nicht da ist. Ja, ich muss Top-Deffen. Sorry. Spiel doch mit mir. Deffen. Deffen ist wieder so n Scheiß-Word. Muss sagen, kurzzeitig auf eine andere Lane gehen, ja? Und dann hat es BOOM, gell, war Was, da hat es TAM gemacht? Nee, TAM kann ja noch nicht mal BOOM, wenn du kommst nicht weg Ja, nur, dass ich den Schum jetzt hängt Wenn unser AD Carry fast die wenigsten Nachtits hat, ja Dieser Tank, den ich tanken kann Aber killst ihn kann Dann killst den, Mann, wenn der die Vorkopf gebombt Ah, das war killst du, ein deutlicher Hacker, ja Ich hab den Ruf eines Hackers in OP Ja, Apo, OP, Better, Nerf, Area Ja, den sowieso, ja Ja Second ago, denn wie viel Abklimmzeit hast du Auf deinen Coup Ich hab da drauf in 14 Sekunden Ja, er sagt, du hast den Sekunden danach gemacht Das war irgendwie schon eine Zeit her, oder? Ja Wo ich Gangplank gegrabt hab, da war, hatte ich das Hallo, ja Ich hab Videobeweise, ja Ja Mich kann man hier nicht defack uns anklaren Ich hab Videobeweise Ja, aber Das ist kein Menschen Wohin gehen wir? Ja Ich hab nie muss sagen, warum ich zu wenig Lastes hab, weil du mir die Last geklaut hast Äh, ich hatte auf Bot überhaupt keinen Farm Ja, 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 ich hab dir alles gelassen Ich geh jetzt an da und auf ein andere Land, damit ich Farm bekomme, damit ich mehr Leben krieg Ja, nix auf meine E awa Aaaah, ich brauch einfach ApoAre es sovorteil Das hilft nicht anders Naja Ey, wie schlecht denn Unum war der t-안�ier? Das Scheih, wot gelat Wot gelat da hinten was geht was in der haus jungen und jetzt kommt die BOMB Triple kill Nein nur doppelt Nein! Oh Benny! Ah wie er sich hochkehlt hat und wer verreckt? Boah, ich kann mir ja immer noch einen Threalize kaufen Ich kann mir auch noch nicht mal einen Schatz legen kaufen Ey, ich sag ja nur, wir sind schon bei 30 Minuten, ne? Mhaha, warst du deine Festplatte voll? Nee, ich war dabei Noch haben wir noch 20 Minuten Hahaha, du brauchst eine größere Festplatte Ja Ich mach dir nur einen Notebook Ja, Bunt, ich brauch einen richtigen PC Kommt euch mal entscheiden, dann sieht's doch aus Ja, die gescheiten wir brauchen um PC und mein Laptop oder ein Notebook Voll der Sturm hier und so Meine Güte, ich bin OP-Abu Woah K�-Uhh Fliegel mal hier vor Ich bin der Wichtigste Okay, dann geh ich weg Ey, Benni, ne Abruhe auf deine Traste Tour wieder zu vergewaltigen hier O, ja, gibst mir richtig hoch Ich sag ja nur Wully-Game, ja. Hä? Eben das Wully-Game. Nicht Wully-Game. Wo ich Wully gespielt hab. Ach so. Warum? Hast du da bei meiner Tücher-Tuch nicht gebrochen? Nein, wo Heiko so für Mono gespielt hat. Ja. Mit den Gegnern. Die der mir alles weggespielt hat. Ich sag' ich geh... Ja. GG hier, ne? Kannst du das? Lack-Mor-A-Mu-Mu-Mu-Mu-Ya. Ist alles-Game-Mu-Mu. Ach ja. Ja. Das war's. Dann wollt ihr noch was sagen. Tschüss. Tschau. Tschüss.